Deutsche Welle. Kalenderblatt. 25. Oktober 1929. Börsencrash. Der schwarze Freitag. Die goldenen 20er Jahre enden mit einem Knall. Schon seit ein paar Wochen gibt es Anzeichen für einen Kursabfall an der New Yorker Börse. An einem einzigen Tag rutschen die Kurse in New York in die Tiefe. Am folgenden Tag, dem 25. Oktober 1929, dem sogenannten schwarzen Freitag, wird auch Europa von den außergewöhnlichen Kursverlusten eingeholt. Als die Berliner Börse an diesem Freitagmorgen öffnet, machen sich Entsetzen und Panik breit. Durch die Zeitverschiebung erreichen die Kursverluste des Black Thursday erst am Freitag Europa. Um sagenhafte 90 Prozent ist der Dow Jones Index unter seinen Höchststand von vor sechs Wochen gerutscht. Elf Milliarden Dollar Geldvermögen sind in den vergangenen 24 Stunden vernichtet worden. Und die Talfahrt ist noch nicht zu Ende. Dr. Martin Übele vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Münster. Es kam zu einem Einbruch des Aktienindex an der New Yorker Börse von etwa 11 Prozent und dann relativ schnell zu Massenverkäufen. Die Banken haben dann eben auch versucht, diejenigen, die ihnen Geld schuldeten, selbst wiederum zum Verkauf der Aktien zu drängen, um ihre ausstehenden Kredite wieder hereinzubekommen. Ja, insofern hat sich das verselbstständigt. Es kam dann ein paar Tage später zu einem weiteren Abschwung in etwa dieser Höhe und der hat sich dann weiter fortgesetzt. In den 1920er Jahren scheint der wirtschaftliche Aufschwung lange Zeit grenzenlos zu sein. Auch Menschen mit geringem Einkommen legen ihr Geld in Aktien an, um vom Boom zu profitieren. Börsenspekulation wird zum Volkssport. Wer kein Geld hat, nimmt einen Kredit auf, auch wenn die Zinsen astronomisch hoch sind. Presse- und Wirtschaftsfachleute raten den Käufern zu. Viele Amerikaner glauben an ein ewig währendes Wachstum. Die Leute haben sich verschuldet, um Aktien zu kaufen für Unternehmen, die neue Produkte hergestellt haben. Kühlschränke, Fotoapparate, Autos, GM, Ford sind da Firmen, die zum Beispiel viel produziert haben, hohe Gewinne erwirtschaftet haben. Und es gab dann plötzlich eben ein hohes Verschuldungsniveau auch der privaten Haushalte. Nur wenige Wochen vor dem Zusammenbruch der Börse veröffentlicht der Direktor von General Motors, John Raskop, seinen berühmt gewordenen Artikel, Everybody ought to be rich, jeder sollte reich sein. Stellen Sie sich vor, ein Mann heiratet im Alter von 23 Jahren und spart 15 Dollar im Monat. Und fast jeder, der Arbeit hat, kann das, wenn er will. Wenn er in Stammaktien investiert und die Dividenden und Rechte reinvestiert, dann hat er nach 20 Jahren mindestens 80.000 Dollar und ein Einkommen aus seinen Investitionen von ca. 400 Dollar im Monat. Er wird reich sein. Und da jeder dazu in der Lage ist, glaube ich fest daran, dass nicht nur jeder reich sein kann, sondern dass jeder reich sein sollte. Dieser Traum platzt mit dem Crash wie eine Seifenblase. Die Auswirkungen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs sind verheerend. 1932 sind 25 Prozent der Amerikaner arbeitslos, Missernten führen zu einer massenhaften Abwanderung aus den großen Ebenen im Herzen der USA. Auch wenn es zwischenzeitlich wieder bergauf geht, so prägt die große Depression doch die gesamten 1930er Jahre. Wirtschaftsexperte Martin Übele. Das war eine Verarmung der Massenverelendung, die sich durch alle Sektoren der Industrie und auch der Landwirtschaft gezogen hat. Die amerikanische Krise reißt auch die europäische Wirtschaft in den Abgrund. Deutschland trifft es in den folgenden Jahren besonders hart. Banken müssen schließen, Firmen brechen zusammen, Millionen verlieren ihre Arbeit. Dabei spielt auch eine Rolle, dass amerikanische Banken in den 1920er Jahren große Mengen Geld an Deutschland verliehen haben. Geld, das sie jetzt zurückfordern. Deutschland musste Reparationszahlungen ans Ausland leisten, hatte sich aber zusätzlich noch im Privatsektor massiv verschuldet. Und insofern gerieten sowohl die USA als auch Deutschland sozusagen an diesen Rand des Abgrunds. Die deutschen Schulden in den USA betrugen etwa 20 Prozent des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts. Fast 80 Jahre später blickt die Welt wieder gebannt auf die Börsenkurstafeln. Mit dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers beginnt im Herbst 2008 erneut eine weltweite Wirtschaftskrise. Wie in den 1920er Jahren erweist sich der Glaube an ein unbegrenztes Wachstum und Reichtum für alle als Illusion.